Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen, hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Als Gott inmitten einer Vorstandssitzung klar zu mir gesprochen hat, Deborah, ich rufe dich hier heraus, und mit klar meine ich wirklich sehr klar, überwältigten mich 1000 verschiedene Gefühle. Aber ich liebe diesen Verein doch so sehr. Schau mal, was für eine wertvolle Arbeit wir durch die vielen, so gut laufenden sozialen Projekte tun dürfen. Ich habe über 10 Jahre meines Lebens und unzählbare Stunden hier hineingesteckt. Ja, und nicht zuletzt gebe ich dadurch meinen letzten sicheren Finanzen auf. Glaub mir, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dachte, oh nein, jetzt wird's spannend. Jetzt bin ich dann wirklich selbstständig im Reich Gottes am Start. Es muss einfach laufen. Das war so kurz mal der Mensch, Deborah, der da zum Vorschein kam. Und es ist völlig okay, diese Zweifel zu haben und den Menschen auch mal ausreden zu lassen. Doch vergiss nicht, den Menschen in dir immer wieder an Jesus in dir zu erinnern. Denn Jesus in dir wird dich immer an die, vielleicht heute noch nicht sichtbaren, aber schon morgen real werdenden Wege Gottes erinnern. Schau mal, als Gott sehr ähnlich zu Abram sprach, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Da war das alles noch nicht sichtbar. Abram musste losgehen, um Gottes Versprechen auch wirklich zu erleben. Und so möchte ich auch dich heute anspornen. Um Gottes Versprechen zu erleben, musst du dich von deinem Platz bewegen. Und darf ich dich, während du loslegst, an eine weitere Wahrheit erinnern, an die dich Jesus in dir auch immer wieder erinnern möchte, während die menschlichen Zweifel aufkommen? Gott aber kann viel mehr tun, dir eine neue große Aufgabe schenken und ja, dich sogar mit mehr Finanzen beschenken, als du aufgegeben hast, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Epheser 3, 20 Wirst du dich heute von deinem Platz bewegen, um diese wundervolle Veränderung auch wirklich zu erleben? Danke für dich! Dein Wunder wird geschehen Du musst nur weitergehen Hab es so oft erlebt Wunder geschehen Dein Wunder wird geschehen Und du wirst mich verstehen Weil du es selbst erlebst Ein Wunder für jeden Tag Und du wirst du dich heute von deinem Platz bewegen,